Jo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Da habe ich tatsächlich länger geschlafen, als ich eigentlich wollte. Mal schauen, ob das Video jetzt noch vor 0 Uhr kommt. Ansonsten ist die Daily Streak wieder vorbei, nach nur einem Tag. Egal. Warum geht es in diesem Video? Eigentlich sind zwei Dinge. Einmal möchte ich euch eine neue Pilzquelle zeigen. Vor allem sehr wichtig für Free-to-Play-Spieler. Aber eine treue Free-to-Play-Community ist sehr wichtig. Und eine neue, wichtige Pilzquelle, die ihr benutzen könnt. Und dann noch dreht sich das Video hier um F8. F8 wird ja morgen fusioniert werden. Morgen um 16 Uhr dürfte es sein. Und was wir da erleben werden. Also zuallererst mal gesagt, F8 werden wir morgen ganz heiß mitverfolgen. Ja, ich werde da auch morgen ein Video hochladen. Dementsprechend. Und ja, mal schauen, was da alles geschehen wird. Was ich schon mal sagen kann. Es wird eine gewisse Gildenumstrukturierung geben. Ja, hier Saif, dein Nachbar. Ob die noch in ihrer Gilde bleiben, das werden wir sehen. Meister, weiß ich gerade nicht. Man konnte es ja schon sehen. Es wird ja schon viel angedeutet. Auch von der Nachbar schon. Also es ist nicht so, dass ich irgendwelche Geheimnisse verrate. Es wird ja, es wird eine neue Mega-Gilde gebildet. Und ja, also man kann davon ausgehen, dass diese Gilde auf jeden Fall hier Phönix schlagen wird. Ja. Und vom Hocker hauen wird. Phönix lange Zeit Platz 1 Gilde. Ja, eigentlich immer schon gefühlt Platz 1 der Welt hier. Aber wird bald auf jeden Fall schon mal von F8 weggerissen werden. Ja. Ob es bei F9 auch so sein wird, mal schauen. F11 vielleicht auch noch. Müssen wir mal alles schauen. Ja, aber F8, ja, kann man davon ausgehen. Auch vor allem hier mit Gods, die sowieso Platz 2 sind. In der, ja, Gilden Ehoff, S6.de. Ja, bei Gods wird sich auch einiges tun, denke ich mal. Und wer ist hier noch dabei? Ne, S13 ist ja Nachtäule auf Fusion 11. Die Traumhölle, genau. Und die Lichtgestalten. Aber die machen, glaube ich, eine eigene Fusion. Die nicht zu der Mega-Fusion, ja, dazu kommt. Also, da wird es quasi zwei neue Mega-Gilden geben. Aber, ja, die Traumhölle und die Lichtgestalten sind noch, ja. Es sind nichts dagegen, was, ja, da auf uns wirklich zukommt bei F8. Also, wir können wirklich sehr gespannt sein. Und, ja, da werden wir das natürlich gerne verfolgen. Ja, äh, was wollte ich euch eigentlich noch sagen? Genau, die Pilzquelle. Und zwar gibt es seit Neuesten, aufgrund dessen, dass das Forum ja jetzt down ist. Und im Forum früher gab es ja die monatlichen Gewinnspiele. Ähm, beziehungsweise davor sogar die monatlichen Mini-Gewinnspiele von Jörg. Die wurden dann ersetzt durch die monatlichen Gewinnspiele, äh, durch Leander, als Jörg weg war. Und jetzt werden, ja, diese, ähm, ja, eigentlich ersetzt nicht. Aber die Plattform ist eine andere. Ähm, man kann die, man kann das Gewinnspiele natürlich nicht mehr im Forum finden. Sondern jetzt auf dem Discord. Das habe ich hier mal geöffnet für euch. Auf dem offiziellen Shakespeare-Discord könnt ihr hier teilnehmen. Unter der Schecks- und Fidget-Rubrik. Das ist hier alles bei, bei News und Patch-Notes. Und da könnt ihr jetzt die monatlichen, die Monthly Contests sehen. Und, ja, genau, was müsst ihr tun? Ähm, ihr müsst quasi, ähm, immer, also im Forum war es zumindest so. Und hier, glaube ich, auch. Ihr müsst immer, ja, ein gewisses Rätsel lösen. Und dann, ich weiß gerade nicht, wahrscheinlich lernt ihr eine DM schreiben. Es war, im Forum war es immer so, dass ihr, äh, ja auch lernt ihr eine private Nachricht schreiben musstet. Mit eurer Lösung und mit eurem Charakternamen. Und hier ist es, also hier muss man Google Forms ausfüllen. Also so eine Google, ähm, ja, ähm, Umfrage, ähm, muss man hier ausfüllen. Ist so, ist so eine, ja, Google Forms ist sowas. Das gab es eh schon öfter hier, ähm, bei irgendwelchen Umfragen, Klassenumfragen oder sonst irgendwas. Da nimmt man immer Google Forms her und das wird jetzt quasi die Tabelle sein für, für die monatlichen Gewinnspiele hier im Discord. Gut, wenn man jetzt, wenn Leander jetzt, glaube ich, das so machen würde, dass er DMs erlauben würde, also, dass man ihn privat schreiben soll, dann würde er ziemlich zugeswammt werden. Und das, glaube ich, da hat er auch keinen Bock zu. Na, ihr müsst hier Charakternamen, dann die Welt und dann, ähm, die Lösung, ähm, auch normalerweise. Und ihr müsst hier, das war im Forum auch so, wobei eigentlich im Forum, ähm, jetzt eigentlich mit Leander war es anders. Ähm, bei Jörg war es immer so, der Schnellste hat gewonnen, ja, ähm, der Schnellste, der die Lösung schreibt, hat gewonnen. Bei Leander, ja, wurde es einfach zufällig, äh, zufällig ausgewürfelt im Forum, wer da gewinnt. Aber hier steht jetzt wieder, dass es Speed Contests sind und, ja, ähm, man soll einer der schnellsten Einträge sein, ähm, und da hat man, ja, eine bessere Chance zu gewinnen. Da bin ich mal gespannt, ja, ob das wirklich so sein wird, weil, ja, also, das wird ja ziemlich schwer werden. Allgemein wird es jetzt, äh, viel, viel schwerer werden zu gewinnen. Einfach aufgrund dessen, dass das Ganze hier auf Discord ist. Und Discord ist halt tausendmal aktiv als das Forum. Beim Forum haben dann nur eine Handvoll Leute mitgemacht. Und jetzt, ähm, hier beim Discord, ja, machen wahrscheinlich ein paar hundert mit. Jetzt schon hier die Emojis. Kann man davon ausgehen, dass hier jede Menge Spieler mitmachen. Gut, aber ist für mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Ähm, ja, aber es gibt Pilze zu gewinnen. Und zwar hier, wartet, wo steht es hier? Ähm, fünf Gewinner und, ähm, 100 Pilze jeweils. Also man kann 100 Pilze gewinnen, fünfmal. Und man muss halt, so wie es hier zumindest stand, wo steht, äh, einer der schnellsten sein. Naja, äh, mal schauen. Und, ähm, hier steht noch irgendwo, dass gesponserte Leute ausgenommen sind. Und, ja, da muss ich nochmal im Kleinen reden, falls ich halt gesponsert werde. Ähm, ja, dann, äh, vielleicht, dass sie meinen, ja, Free-to-Play-Chart zulassen. Weil meinen Free-to-Play-Chart will ich natürlich nicht sponsern lassen. Ähm, und, ja, ich würde schon gerne teilnehmen damit, ja. Weil Pilze sind Pilze. So. Jetzt müssen wir noch, es ist, ähm, jetzt 23.19 Grad bei mir. Wir müssen noch Alu spielen und alles. Aber das werde ich jetzt auf Cam dann machen. Während das Video hier, ähm, ja, rendert und alles. Werde ich das schön machen. Ah, sorry, dass das Video heute wie so spät kam. Allgemein bei mir ist es aktuell so stressig. Ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist, äh, es nervt mich eh. Ja, nee, ich wollte gerade schon rumfluchen. Mach ich nicht. Wir bleiben hier, ähm, kinderfreundlich. Habe ich hier keine Waffe? Nee. Was brauche ich? Gürtel, aber nee. Amulette, Ringe. Habe ich alles nicht. Gut, egal. So. Ähm, oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss noch. Das ist kacke. Ehre durch Arena-Kämpfe gewinnen. Das ist kacke, das ist kacke. Äh, ich muss Weltren besiegen. Weltren. Scheiße. Ich gebe jetzt mal Pilze aus dafür. Ah, verdammt, ey. Meldren Dicer, den muss ich besiegen zum Beispiel. Oh, das ist aber schwierig ohne... Schaffe ich das überhaupt? Was mache ich jetzt? Verdammt, Leute. Helft mir. Nein. Äh. 500 R für Kämpfe in der Arena gewinnen. Wer ist hier alles oben? Äh, Weltren, Weltrennen, Schleicher. Meine eigenen Guildenörten kann ich nicht angreifen. Ach, das ist jetzt echt doof. Ja, viermal Arena-Angriffe muss ich eh noch machen. Oh, ich verschwende gerade voll Pilze. Das... Ja, ne. Oh mein Gott, ey. Was mache ich denn bitte schon wieder? Verloren auch noch. Sehr nice. Ja, was soll ich machen? Helft mir. Ich kann es nicht ändern. Rambele ist doch auch vor mir. Oder Rambele ist vor... Nein, hinter mir meine ich. Genau, Rambele ist hinter mir. Äh. Das ist jetzt echt richtig doof. Ja, ansonsten kann ich die täglichen Aufgaben halt nicht machen. Weil die Festungsäre schaffe ich auf jeden Fall nicht mehr. Und... Ja, das ist halt das Problem, ganz ehrlich. Ey, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich bin auf so einem toten Server. Ich kann niemanden hier angreifen. Was soll denn das? Ah, egal, ey. Kein Bock, da irgendwie noch mal Pilze zu verschwenden. Ich lasse es jetzt einfach. Ja, dann schaffe ich halt die Aufgaben halt nicht. Ja, kein Gratis-Piff für mich. Ja, das Jahr fängt schon wieder echt super an, ey. Keine Ahnung. Kotzt mich an das Ganze jetzt. Ich kann hier keinen angreifen. Kein, äh, gegen keinen Gewinn. Außer gegen Well drin. Da einzige Spieler. Und gleich hier hätte ich eine 5% Chance. Höchstens, wenn ich wirklich Top-Tränke drin hab und alles. Leute. Ja. Ja, egal. Nicht aufregen einfach. Einfach durchziehen. Ja, hier. Die Alu muss ich auch noch durchspammen gleich. Aber es lag doch schon wieder. Was werde ich denn Off-Camp machen? Hier. Ich muss noch gegen ein paar Pets. Äh, ein paar Leute kämpfen hier. Ähm, genau. Zwei kann ich jetzt noch machen, ohne Pilze auszugeben. Durchdurch hinbekommen. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video hier? Ach. Kacke. Ist ja auch meine eigene Schuld. Ja, ich wollte eigentlich um halb neun aufstehen. Habe wieder verpennt. Weil ich wieder einen sehr langen Arbeitstag hatte. Ich sag nix. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020